Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Dienstag, den 28. Mai. Heute haben wir dabei Apple I, Apple Maps, McDonalds, YouTube, TikTok und Pokémon. Beginn tun wir mit dem Apple I und einer Auktion im Auktionshaus Christie's, denn dort wurde so ein Apple I jetzt verkauft für 471.000 US-Dollar umgerechnet und das Gerät von 1976 wurde selber zusammengebaut von Steve Wozniak und es kommt in einem Leder-Aktenkoffer, denn das Gerät wurde damals eben nicht mit einem Gehäuse verkauft und jemand hat sich gedacht, ja, bauen wir das einfach mal in so einen Aktenkoffer rein, das macht vielleicht Sinn. Von dem Apple I soll es angeblich auch nur 200 Stücke geben haben, von denen viele auch zerstört wurden. Es gibt auch so eine Art Listing im Internet, wo die überlebenden Apple I-Geräte aufgeführt sind und dort ist das versteigerte Gerät das Gerät Nummer 10 und es gibt wohl nur noch 68 plus minus. Und wenn wir schon beim Thema Apple sind, Apple hat in Kanada ihr Auto losgeschickt oder nicht nur ihr Auto, sondern ihre Autos, sollten wohl eindeutig mehrere sein und die fahren jetzt durch Kanada und nehmen Kanada auf, sprich Apple will Apple Maps in Kanada verbessern und neu kategografieren und das geschieht jetzt dort vor Ort. Nächstes Thema, McDonalds. Die haben 2018 eine App rausgebracht, die mit der zentralen Funktion Mobile Order & Pay und das ist jetzt endlich abgeschlossen, dass diese Funktion ausgerollt wurde und man kann nun in rund 89 Restaurants per Smartphone bestellen und bezahlen. Das ist ganz spannend, denn es gibt zum Beispiel auch die Funktion des Geofencing, sprich man ist unterwegs und gibt eine Bestellung in der App auf mit Coupon und allem drum und dran und dann erkennt die App durch das Smartphone, wenn man sich in der Nähe des entsprechenden Restaurants befindet und löst die Bestellung dann vor Ort aus. Die Leute in McDonalds machen das Essen fertig und man kann es sich direkt abholen oder auch an den Tisch liefern lassen. Finde ich sehr spannend. Würde ich jetzt auch mal demnächst mal austesten, auch wenn ich nicht so gern und oft nach McDonalds gehe. Es ist auf jeden Fall auch wegen dem Geofencing echt eine spannende und interessante Kiste, die ich mir auf jeden Fall angucken werde. Apropos angucken. Ich gucke auch gerne Videos auf YouTube und dort wird dann wohl demnächst eine kleine Veränderung in den Abonnentenzahlen stattfinden. Bislang hat man ja immer relativ genau gesehen, wie viele Abonnenten ein YouTube-Kanal hat und das möchte YouTube jetzt wohl abkürzen. Sprich, wenn ein YouTube-Kanal 4573 Abonnenten hat, wird nur noch 4,5K oder halt vielleicht mit dem T-Tausender in Deutschland abgekürzt. Man sieht eben nur noch einen kleineren Wert und nicht die genaue Zahl. Die genaue Zahl sieht nur der YouTuber selber im YouTube-Studio und ich weiß nicht so recht, warum die das machen wollen oder wo der Sinn drin steckt. Am Ende des Tages ist es mir aber auch prinzipiell relativ egal, denn ja, wenn auch wirklich, ich weiß nicht, auf so einer Tausenderstelle gekürzt wird, dann macht das auch nichts Relevantes für die meisten YouTube-Kanäle. Und wenn wir schon im Bereich mehr oder weniger Social Media sind, dann wechseln wir zu TikTok bzw. der Mutterfirma ByteDance. Das ist die Firma, die hinter TikTok steht, eine chinesische Firma. Die planen jetzt ihr eigenes Smartphone auf den Markt zu bringen. Tja, kommt eher überraschend, hat man nicht mit gerechnet, aber chinesische Smartphone-Hersteller sind ja jetzt nicht die Riesenausnahme. Wir kennen ja alle Xiaomi oder Huawei, auch wenn letzterer ein paar Probleme hat. Und dann gucken wir mal, was ByteDance uns demnächst präsentieren möchte und ob das auch den Weg nach Europa findet und ob es irgendwie mit TikTok gekoppelt wird. Und letztes Thema für heute, Pokémon. Da stehen zwei Informationen an. Und zwar morgen am 29. Mai soll es eine Pressekonferenz aus Tokio geben. Die wird gestreamt und, ich zitiere, soll aufregende Nachrichten zu Updates enthalten. Ja, zusätzlich gibt es dann noch einen Termin am 5. Juni. Da wird eine Pokémon direkt abgehalten und dort soll es Details zu den Spielen Pokémon Schwert und Pokémon Schild geben. Und das Ganze wird am, wie gesagt, 5. Juni stattfinden, um 15 Uhr deutscher Zeit. Also sogar ganz angenehm, denn morgen, das ist um 3 Uhr morgens angelegt. Da heißt es eher, weiß ich nicht, entweder wach bleiben oder am nächsten Morgen nachlesen. Und das war es dann auch schon für heute. Ich hoffe, ihr habt einen guten Dienstag. Kommt gut in den Tag, bleibt positiv. Und ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Hört mehr Geek Talk.